Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch unsere Schaukel. Die Leute, die alle meine Videos gesehen oder zumindest das Favoritenvideo, was ich mal abgedreht habe, die werden sich denken, wieso zeigt die ihre Schaukel, die hat sie doch schon gezeigt. Aber ein paar Mädels auf Instagram und auch ein Mädel hier hat mich mal gefragt, wieso ich nicht ein Video zu unserer Schaukel drehe, ein separates Video halt einfach. Und da haben sie gemeint, die Mädels auf Instagram haben gesagt, wenn jemand irgendwie Tipps oder ein Video zu irgendeiner Schaukel sehen möchte, dann sucht er nicht nach einem Favoritenvideo, wisst ihr, was ich meine? Und da haben sie schon recht, also da bin ich denen wirklich dankbar. Und falls ihr das Video seht, danke schön Mädels. Was wollte ich sagen? Ja, deswegen dachte ich mir, drehe ich das Video jetzt. Ich bin wirklich dankbar für eure Tipps. Also ich habe auch schon mal erwähnt, in meinem ersten, glaube ich, Video, wenn irgendwas falsch ist, wenn, oder falsch, wenn ihr Tipps habt für mich, wie ich was ändern könnte, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ich bin wirklich nicht böse und ich habe das jetzt auch wirklich sehr, sehr dankend angenommen. Und deswegen wollte ich euch einfach unsere Schaukel zeigen, welche Funktionen sie hat, ob wir zufrieden sind, was sie gekostet hat, wo wir es gekauft haben und solche Sachen. Also die Leute, die das Favoritenvideo gesehen haben, die, wenn sie es nicht interessiert, müssen, also brauchen das Video nicht anschauen, weil es wahrscheinlich das Gleiche ist, aber wenn sie es zweimal ansehen möchten, auch natürlich sehr, sehr gerne. Ja, deswegen kommt einfach mit. Ich zeige euch unsere Schaukel, die wir so gekauft haben. Und ja, falls euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, ihr Lieben, da ist die Schaukel wieder mal mit Baby als Demonstration, wie das Ganze aussieht. Und sie ist nicht gut gelaunt, wie man sieht. Na ja, gut. Die Schaukel ist von Brightstars. Das genaue Modell schreibe ich euch noch genau hin, in die Infobox oder hier irgendwo rein ins Bild. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist, ähm, hat das Ganze, puh, 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 puh. Ich schreibe es euch auch hin. Ich kann mich jetzt leider nicht erinnern, wie viel wir dafür bezahlt haben. Ähm, auf jeden Fall. Fangen wir mal an. Die Farbe ist, wie man sieht, so grau, gelb, mit so Kügelchen da oben. Also, so sieht es aus. Hier haben wir ein Vogel und hier steht Brightstars. Hier die Bedienungseinleitung. Hier hängen zwei so Spielsachen. Eins hat sie in der Hand. Hier so ein Würfel und eins ist es. Genau. Ähm, hier haben wir die, ähm, Verkleinerung, die Sitzverkleinerung für die Babys. Und natürlich kann man das Kind auch anschnallen. Dann gibt es hier seitlich so zwei Gurte und hier unten. Also, wie beim Kinderwagen halt. Das Ding kann man wegtun. Also, hier seitlich einfach hochklappen, aber ich... Moment, ach Gott. Versuchen wir es mal. Hier geht es einfacher. Und so sieht es dann, ähm, aus ohne dem Ding. Ja, so sieht das Ganze halt hochgeklappt aus. Man kann es auch hier dann wegtun. Auf jeden Fall. Ich habe es natürlich immer... Uh, Füße, Füße, Füße. So. Ähm, oben deswegen einfach, weil da diese Spielsachen sind und sie spielen kann. Ja. Hier hängt dann so, so was in der Art, so wie so ein Mobile. Genau, hängt hier drauf. Ähm, das sind die Füße. Hier kommt die... Hier kommen vier große... Vier dieser dicken Batterien hin. Ähm, ja. So sieht das dann aus. Hier sind jetzt mal... Hier ist so ein Timer, wo man einstellen kann, wann sich das Ganze ausschalten soll. Also 30 Minuten, 45 und 60. Aber es... Ähm... Wird halt empfohlen, nicht sehr lange das Kind darin zu halten. Ja, wegen dem Rücken und so weiter. Hier kann man das Ganze ein- und ausschalten. Jetzt habe ich es halt eingeschalten, weil sie ja... in dem Ganzen schaukelt. Sieht man auch meine Füße. Hier kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Jetzt schaukelt es dann ganz schnell. Natürlich, ähm... ist die Batterie dann dementsprechend beansprucht. Ja. Und so. Hier kann man... lauter die Musik stellen. Ich muss mal auf die andere Seite. So. Hier kann man die Musik lauter leise stellen. Ähm... Hier ist... Sind so... Ja, so Geräusche. So was. Oder so ein Wasserfall. Also Wasser halt. Oder Wind. Und wieder die Grille. Und hier ist auch Musik. Musik. Einmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Kann man leise oder ganz laut durchstellen hier. Das ist die Bright Star Schaukel. Kann ich euch noch was dazu sagen? Ähm... Achso, ja genau. Man kann das Ganze so seitlich auch umdrehen. Dann schaukelt sie so. Oder... Das war's eigentlich. Ähm... Und auch in die Infobox. Ähm... Ähm... Auf Amazon sind ja meistens diese Aktionen. Ich hab's glaube ich bei Babymarkt oder Babywalz oder so bestellt. Genau. Das ist unsere Schaukel. Ja, sie will ständig hoch. Bleibst du jetzt liegen kurz. Ich nimm dich gleich raus, Baby. Genau. Das war's. Man kann diese Dinge auch abnehmen, wenn man möchte. Muss man nicht. Ich hoffe, ich hab jetzt nichts vergessen. Das war's aber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss. Tschüss.